Wo sind sie denn? Wo habt ihr eure Scheisse liegen? Komm, dort oben muss ich masshaft Scheisse haben. Es sind so viel Beinverlust. Ja, die liegen eben alle aneinander an und kuscheln sich irgendwie um, statt dass sie Scheisse produzieren. Ich bräuchte nur noch sieben, dann hätte ich den zweiten Stack auch voll. Du musst auch aufpassen, wenn sie einen roten Arsch haben, dann sind sie dort der Brumpfzeit und dann sind sie agro. Ja... Die werden schon nicht agro gemeint. Ich wollte es einfach gesagt haben. Ja... Ich höre nicht, was du sagst. Okay. Nur im Englisch. So komm, 16, reicht das jetzt? Nein, ich muss noch vier haben. Ich will jetzt noch vier. Hier, einen. Komm, produzier. Produzier Scheisse. Genau, da, einig. Da, einig. Und jetzt noch eins. Ein Stück Scheisse brauche ich noch. Komm, komm, komm. Ah, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. So. Ist gut. Judy, ich komme nach Hause. Wo bist du? Boah, legst du mir. Schnellster Weg nach Hause. Ja, da ist ein Momentchen. Ja, da ist ein Momentchen. Ein Momentchen. Wie? Wie ist ein Momentchen. Ein Momentchen. Ein Momentchen. Tust du bitte etwas kochen für mich? Es hat vielleicht noch etwas in der Truhe. Ja, in der Truhe. Ich will, ähm, frisch. Ich will etwas Frisches. Am Tisch serviert. Credanz an einem schönen Tischchen. Mit Seiden, Tischtuch, Serviette und Silberbesteck. Ja, also musst du nicht gerade übertreiben. Aber ich möchte etwas Frisches. Ich habe nur Monsterfleisch, Pilze und... Was ist eigentlich das hier? Eine Hundezah. Oh ja, die sind wichtig. Unbedingt mitnehmen. Mit dem können wir dann ein Fallenfeld bauen. Ein Fallenfeld? Mhm. Ein Feld für Fallen. Äh, mit Fallen. Ein Feld voller Fallen. Okay. Wenn wir hier so 50 bis 100 Fallen haben, können wir den Boss da rein locken. Du, was ist in dieser Steinhöhle hier? Ich weiss es nicht. Das habe ich letztens auch gesehen, aber... Okay, der Abgrund starrt mich an. Ja, ja, genau. Aber ich habe nicht herausgefunden, was mich genau gemacht hat. Ich habe versucht anzugreifen, anzubauen. Ja, der starrt. Ja, dann starrt man. Oh nein, jetzt muss ich wieder an diesen Scheiss-Augen vorbei. Ah nein, warte. Ich kann hier abkürzen. Ich kann hier durch. Äh, wieso liegt hier die Zeugs rum? Wieso... Lass das jetzt mal hier fallen. Ah, das ist Salpeter und Stein. Ja, das braucht niemand. Oh klar. Ähm, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Dort unten. Also, so diagonal runter. Und dann kommt das schon gut. Oh, grüner Pilz. Ähm, kann ich gerade nicht brauchen, weil die, die ich gehabt habe, habe ich schon gekocht. Ähm, muss ich jetzt diesem Weg folgen? Hey, ja, so orientiere ich nicht. Ja, ja, ich folge dem Weg. Warte mal. Ja, ja, du bist fast da. Hallihallo, ich bin wieder zu... Oh, leckst du mir? Hast du einen Vogelgezüchter hier in diesem Käfig, oder was? Ein goldiger Käfig. Ey, was hast du denn alles gebaut in dieser Zeit? Was habe ich denn verpasst? Du siehst doch, was alles abgeht, während du Scheisse sagst. Ah, Scheisse, die Fleischbällchen sind im Fall schon vertorben. Ich habe doch dort noch drei Trockenfleisch reingetan, das ist ja gut, um dich zu heilen. Weil du bist ja nicht mehr so gesund, dann würde ich dir nämlich mal essen. Ja, ich tue jetzt einfach mal alles da rein, was man kann äbten, was ich an essbaren Zeugs habe. Den Dünger schmeisse ich einfach mal da rein. Du kannst düngen, ich will essen. Ich will etwas Frisches. Ah nein, jetzt bin ich ja eigentlich wieder fit. Ist gut, ist alles okay. Ah, ich habe zu wenig Blumen. Ich muss doch schnell Blumen sammeln. Hast du irgendeinem ein Blumenfeld gemacht? Ah, nein. Hey, ich brauche unbedingt Blumen. Bei den Bienen stöcken es mega viel, aber was du dir alternativ machen kannst, hast du einen Zylinder, sofern wir genug Spinnennetze haben. Warte, ich habe zu. Ja, ich habe zu. Ja, das lange kannst du nicht nehmen. Naja, ich lege mal mein Zeug, ich muss mich da mal entfüllen. Warte mal, ich schaue mal. Weisst du, ich würde sagen, morgen machen wir gemeinsame Action am nächsten Tag. Dann gehen wir mal so richtig Spinnen. Dann kannst du dort ein bisschen Spinnenfarmen, Netzfarmen. Und ich gehe hinten dran mal die... Ähm... Bienennest sogar plündern. Oh, warte, jetzt habe ich das Holz abgelegt dafür. Ich müsste hier schnell Feuer machen, dass wir warm haben. Oh nein, ich will doch das Holz nicht abdecken da so. Ähm, was mache ich mit dem Wolfszaal? Was hast du gesagt? Unten dran. Unten am Feuer. Jetzt muss ich irgendwas ein Wolfsdinger haben. Was unter dran am Feuer? Hier, geh. Was soll ich mit dem Wolfszaal jetzt machen? Ja, dort unten hat sich schon Wolfszaal. Die kannst du dort stapeln. Ah, dort. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, ist gut. So. Also. Meine Blumen verwelken. Ich habe jetzt gerade keine mehr. Finde ich im Fall scheisse. Du hast doch eher Blumen im Haar. Ja, eine. Weisst du was? Jetzt nehme ich hier noch eine. Genau, du dich mit dem Windrad rüsten. So. Das Windrad rüsten. So. Und dann geht es eigentlich rundum. Ah, du micro-drr. Der Geist macht gar nichts. So, gut. Okay, genug Spiel. Ähm, sie hat einen syssen kleinen Bogen. Ah, was sie zerlegt? Wissenschaftliche ... Was ... äh ... Oh, ich kann die Handflüte spielen? Was? Schön, oder? Ja, aber die kannst du brauchen, um die Kreaturen einschläfern. Ich glaube, das ist ein ziemlich einmaliges... Ja, ja, okay, ich habe nur noch 90%. Genau, das kannst du bei mir zusammensetzen. Okay, wo ist Action angesagt? Wo haben wir? Also, das erste Mal nehmen wir Essen. Äh, ja, was will ich auch? Jetzt hast du alles gegessen? Ja, mitnehmen, nicht essen. Nimm das Trockenfleisch mit, nimm noch die Meatballs mit. Mitnehmen, nicht essen. Ja, aber die Fleischböllerchen sind im Fall... Ja, aber die kannst du nicht essen, das geht schon. Nein, die essen sicher nicht mehr. Wenn die so lang sind, kannst du nicht essen. Nein, ich will die nicht essen. So, jetzt mach doch vorwärts! Geh, 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 geh! Oh, jetzt streché ich mich nicht mehr! Aber wo geht's? Wo geht's denn? Halt, zuerst muss ich noch einmal das Rexaple lernen. Ja, super! Der Stress ist mich, ich muss unbedingt Blumen haben. Und bis in die Zukunft gehe ich in und blöerk. Es hat sie eine Blumente. Oh, da hat es einen toten Hase. Nein. Wohl, jetzt. Ich nehme halt das Fleisch mit. Das ist ja auch schon verdorben. Mensch, nimmst du das Zeug so eigentlich nicht ein? Ja, kommen wir noch schnell die Tassen einsammeln. Also das verdorbene Fleisch will ich jetzt nicht. Wohl, leg es da rein. Das gibt auch Dünger, wenn es kaputt ist. Jetzt habe ich es schon gegessen. Beziehungsweise ist es verloren. Ist mir aus der Hand gefallen. Da hat es noch einen Hass. Kille. So. Und der Hass jetzt auch in die Ruhe? Ja, das tut mir die obere Schmortopfe und mache jetzt noch einen Meatball draus. Die obere Schmortopfe? Ja. Welches ist der obere von der Schmortopfe? Dort, wo du dran stehst. Gut. Oh, da hat es ja vier Fleischen gekriegt. Eben, da musst du jetzt noch den Hass erteilen und dann gibt es auch noch Meatballs. Da kannst du es noch nicht packen. Ja. 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 Das müsste jetzt lange für die Nacht kommen. Gut. Jetzt habe ich drei Fleischbölle und ein Strokenfleisch. Ich bin der perfekte Hippie mit meinem Bart. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Du solltest dich wirklich mal rasiert. Hey, aber kommst du nur oder werden meine Haare auch immer länger? Nein, dann werden sie nicht. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber der Bart ist super, wenn es im Winter wird. Der wärmt. Was haben wir eigentlich? Herbst? Wintersdummer? Was sagst du eigentlich? Nein, es ist Herbst. Es ist jetzt über Mitte Herbst. Ich möchte das Rüeble mitnehmen wie ein Aargauer. Wieso läufst du nicht auf dem Weg? Ja, weil er irgendwie ein wenig uncool ist. Wenn er lacht. Dann noch ein bisschen scheisse. Ah, du gehst bei scheisse in Sachen? Ja, nur gerade, als er anliegt. Und dann willst du wo hin? Also, jetzt gehen wir... Ich meine, jetzt ist noch nicht... In Ordnung nur. Ja, ist gut. Ich habe es gecheckt. Dort, wo es ganz viele Spinnen hat. Genau. Jetzt ist ein Gott dämmerig. Das heisst, du kannst jetzt schon mal ein Lager für machen. Was? Da, wo ich jetzt bin? Nein, da, wo ich jetzt hinrenne. Das machen wir jetzt genau in der Mitte der Spinnennester. So, hier. Hey und wieso habe ich keine Blümchen geplant? Hey ja, keine Blümchen... Mhhh... Ah, hier bei dieser geilen Statue soll ich ein Feuer machen. Ja, dann machen wir jetzt das Lager für. Ich kann nicht. So, das kann ich. So, also und jetzt gehen wir... Welche Spinnen gehen wir? Diese hier? Ja, die kommen von der Leiter. Einfach mal. Meine Abigail. Die macht keinen Wald. Hey, verdammt. Was ist los? Es gibt jetzt die Dagger von sanftigen Spinen. Oh, scheisse. Ich habe einen Baumwachter gelegt. Schick dir mal, dass du in den Geist. Du, aber die hat jetzt gerade... Jetzt haben wir das Problem. Was ist das für einen Baumwachter? Run! Run, Forrest, run! Super. Wir haben jetzt irgendeinen Baumeister geweckt. Und jetzt ist er für meine Zwillingsschwester tot. Also, der Tod vom Tod. Und wie hole ich jetzt diese wieder zurück ins Leben? Verdammt, was bist denn du jetzt wieder für ein Seil? Was ist das für ein Seil? Warte, 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 warte. Kann ich mir eins auf den Grinste stehen? Vorwärts mein Gemüse. Was kann ich damit machen? Das ist geil. Ich muss mir schnell etwas essen. So. Ähm. Du. Aber, holen wir jetzt meine Schwester wieder? Oder? Ah, du hast Blumen. Ich brauche Blumen. Ähm. Verdammt. Ja komm, die holen wir am nächsten Tag. Wir gehen mal dort. Da unten hat es verdammt viele Blumen irgendwo. Nicht gemeint. Dort im grossen Bienenstock. Dann übernachten wir hier schnell. Ich will hier noch schnell runterlaufen. Ich will hier noch schnell runterlaufen. Genau. Schau mal, da hat es mega viele Blumen. Oh, da hat es auch mega viele Blumen. Vorher habe ich einen Stachelchen verwischt. Die hat mich gestachen. Pass auf die ganze Nähe. Du hast noch so einen Kampfbienenschwarm. Du läufst da drauf zu. Jetzt sitzt du nicht. Wo? Ich sehe nichts. So, jetzt möchte ich meinen Hippie-Kranz wieder machen. Yeah! Wir sind alles Hippies. Alles Hippies. Alles Hippies. Wo bist du eigentlich wieder? Hier oben. Du verfolg mich jetzt hier. Die Allraune. Untersuche Allraune. Komm jetzt zu mir. Es wird jetzt Nacht. Oh, es wird Nacht. Hast du gesehen? Wo bist du? Ah, hier oben. Ah. Ah. Huh. Da hat es noch ein Altar. Vielleicht ist das meine neue Zwillingsschwester. Kann ich hier meine neue Zwillingsschwester holen? Jetzt bist du noch am Steinschleppen. Ich nehme lieber den Sommer. Ich bin der Obelix. Ja, du bist der Obelix. Aber der hat ein bisschen... Ja, gut. Der hat einen Zaubertrank gehabt. Das ist schlecht. Verdächtiger Marmor. Ja, tatsächlich. Jetzt ist er wieder abgelegt. Du, dass die Feucht nervt. Ja, Kils. Ich kann eben nicht. Weil mir läuft es immer nachher. Ich kann nicht nachher. Nein. Schneide es raus. Ja, wirklich. Geh weg. Schneide es raus. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ich hoffe, du wirst wieder los. Das ist einfach so. Der Rest vom Gaming. Ich meine, kein Wundergott. Ich bin der Gericht in die Gesundheit. Aber wenn ich so ein Hüpfende... ...es Hüpfenswühblitz sehe. Ich meine, ich habe ja schon gerade einen Hippie-Kran auf dem Kopf. Aber... Ich habe... Ja, was ich da für einen Drogen konsumiert habe, um so einen... Ja, das ist echt nicht ganz. Das ist ein Hüpfenswühblitz gesehen. Das ist schon gerade irgendwie... Nein, wie nicht da. Oh, ich sehe gerade, ich hätte noch so einen... Oh, ich sehe gerade, ich hätte noch so einen...